Tim, der Tischventilator. Die Referenz hat mir, oder dieses Projekt, hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil ich sehr großes Vertrauen genossen habe durch den Kunden Stadlerform, der in Zug in der Schweiz sitzt. Stadlerform launcht pro Jahr zwei bis drei Geräte und bewegen sich in dem Spektrum von Luftbefeuchtern und Raumbeduftern bis hin zu Ventilatoren oder Heizlüftern. Und Tim ist eine Innovation aus dem Hause Stadlerform, die für das Marktsegment der Mobilität gemacht ist, im Groben. Das bedeutet, Tim kann man betreiben mit dem Handy. Das bedeutet, ich kann Tim über einen Adapter an mein Handy anschließen, sodass er Stromversorgung hat und er ventiliert. Ich selber habe dieses Gerät getestet, bin damit nach Frankfurt gereist im Gepäck, bin damit nach Berlin geflogen im Handgepäck, wo ich komisch angeschaut wurde und so weiter. Und ich wurde von Stadlerform beauftragt damit, und da war noch nichts da, ein paar gerenderte Bilder von diesem Tischventilator lagen vor, mir zu überlegen, wie man dieses Gerät vermarkten kann. Es gab wie gewohnt einige Ideen, die so ein bisschen zusammenkamen. Ich habe mit Emanuel Wiel damals zusammen gebrainstormt und wir haben einige Sachen auch manchmal mit künstlerischem Anspruch entwickelt. Und im späteren weiteren Verfahren konnte ich mich mit Stadlerform auf eine Idee einigen, die dann ausgearbeitet wurde von mir. Das Konzept wurde inspiriert, ich bin ja selber gerne am Reisen, von Where the Hell is Matt. Ich habe hier in dem Blogbeitrag ein Video davon, das vielleicht einige kennen, das ist schon ein bisschen älter. Und ich habe daraus Where the Hell is Tim gemacht. Dieser Hashtag, Where the Hell is Tim, war noch nicht belegt, ist auch ziemlich gut angekommen im ersten Meeting. Bei der Absprache, weil das Ganze ja international ausgerollt werden sollte, mit den USA gab es dann erste Kritik, weil Wo zur Hölle ist Tim, heißt das übersetzt, ist jetzt nicht unbedingt nur sympathisch angekommen. Im Prinzip hat das aber einfach nur ein bisschen Mut gebraucht, der dann auch aufgebracht wurde und so konnte die Kampagne gestartet werden. Gegenstand der Kampagne war, dass wir eine halbe User-Generated-Content-Kampagne gemacht haben. Was User-Generated-Content bedeutet, ist ganz einfach, der User, der das Gerät hat, erstellt damit in einem bestimmten Kontext, nach einer bestimmten Anleitung, Inhalte, die dann dem Hersteller wieder zugeschickt werden und dadurch kann er mit diesen Inhalten eine authentische Werbung für dieses Gerät machen. Jetzt hatten wir das Problem, dass in der Zwischenzeit die Tims schon ausgeliefert wurden an die Zwischenhändler und wir dann keinen Zusatz mehr zu den Geräten in der Verpackung oder sowas mitliefern konnten, die diese Anleitung abgebildet hätte. Auf anderem Wege hätten wir die Käufer von den Tims nicht wirklich erreichen können oder es hätte einen großen Streuverlust gegeben. So sind wir also und wir sind in dem Fall die Agentur von Stadler Form, Stadler Form selbst als Team und ich, auf die Idee gekommen, dass wir uns mit diesen Geräten bestückt haben und einfach in unserem normalen Leben Fotos davon geschossen haben und auch Videos gemacht haben. Ich und mein Bekanntenkreis haben einige Videos gedreht. Die Idee war folgende, das Gerät Tim wurde von einer Seite im Bild reingeholt und in die andere Seite weitergegeben. Das haben wir dann in Reihe geschalten als Video und haben das dann ausgespielt und das wurde dann von den Zulieferanten, die da mit aufgesprungen sind, wirklich weltweit, das war wirklich überwältigend, was wir da für Bilder bekommen haben und Videos, betrieben, sodass wir ein ganz langes Video zusammenschneiden konnten und wirklich zeigen konnten, hey, Tim ist auf der ganzen Welt unterwegs. Sinnbildlich gesehen stand das dafür, dass Tim an jedem Ort einsatzfähig ist. Ob es auf der Wiese ist, ob es als Camper ist, ob es auf einem Segelboot ist, wobei es da genug windet, sonst könnte man nicht segeln. Oder in einem Camper, habe ich selber ausprobiert. Tim ist überall einsatzfähig und das wurde mit diesem Video und mit dieser Kampagne sehr gut rübergebracht. Die Videos wurden dann letztendlich noch, und das sind so ein bisschen die letzten 10 Meter, die oft vergessen werden, über Google Ads und vor allem über YouTube Ads ausgespielt, bedeutet, da haben wir dann eine kräftige Reichweite generiert und hatten eine Identifikation der Zulieferanten auf der ganzen Welt mit dieser Kampagne, da ein Stück von ihnen damit eingeflossen ist. Und das kam sehr, sehr gut bei den Kunden an. Wir haben parallel dazu auf Amazon auch eine Kampagne gestartet damit. Wir hatten eine Landingpage auf der Seite von Startliform, wo wir überall eben genau diese Bildsprache und Videosprache durchgezogen haben. Und die Kampagne lief sehr gut. Und der Kunde und auch ich sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Hier unten, wenn ihr weiter runter scrollt, seht ihr einfach mal ein paar Einblicke, ein paar Bilder und auch das Video und noch ein bisschen beschreibenden Text. Lest es euch durch, schaut es euch an. Ich freue mich über Feedback. Dankeschön.